Ich habe ja angefangen mit einem Rollschmiedegeschäft, habe mich dann dazu entschlossen, hier auf den Hof Simmermann zu ziehen. Es ist einfach unglaublich verkehrsgünstig gelegen und da meine Kunden aus der gesamten Metropole Ruhr kommen, konnten sie einfach super schnell hier hinfinden. Das macht diesen Standort so attraktiv. Wir waren die Kettenhauptstadt Deutschland und wir erinnern mit unserem Museum an diese Industriegeschichte. Mittlerweile haben wir über 10.000 Besucher im Jahr und führen hier auch ca. 100 Veranstaltungen durch. Wir sind das Eingangstor. Wenn man von Osten kommt, fängt bei uns das Ruhrgebiet an. Die Stadt Frönnberg hat einen gewaltigen Vorteil, was die Golfclubs angeht. Wir haben innerhalb von 100, 200 Meter zwei Golfclubs. Es sind 45 Löcher und das macht die Sache ganz einzigartig in ganz Nordrhein-Westfalen. Der Golfclubs hat ca. 70 Hektar, über 1.000 Einzelmitglieder. Wir haben auch schon einen ziemlich großen Einzugsbereich. Monze ist 1930 gegründet worden. Wir haben ein Interesse hier am Standort auch zu wachsen. Wir sind eine stark vertretene Automobilzulieferindustrie, eine traditionell starke Stahlverarbeitende Industrie. Und das ist für uns auch der Grund, warum der Standort Frönnberg interessant ist. Wenn ich alleine sehe, welche Wirtschaftsstärke diese Region hat, welche Mitarbeiterverfügbarkeit ist, wie stark an Populationen das Ruhrgebiet ist, dann wüsste ich nicht, warum sich die Region vor anderen Regionen verstecken sollte. Ich bin einer von 5 Millionen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017